So, mal geht's bei Patrick Zock, Need for Speed Rivals. So, neuer Wagen verfügbar, ja schön, Kapitel 7, befördert. Du hast den Test bestanden, Kandidat. Willkommen in der besten mobilen Eingreiftruppe des Landes, dem FBI Vehicle Response Team. Die Auswahl läuft weiter und die Anforderungen werden täglich härter. In der Garage findest du deine Ausrüstung, genau für dich angepasst und einzig dazu bestimmt, deinen Job zu erledigen. Ein für allemal. Der amerikanische Steuerzahler investiert Millionen Dollar in dich. Wir wollen, dass sich das Geld lohnt. Wir zeigen Ihnen, wie das VRT Dinge regelt. Okay. Aber ich glaub doch... Haben wir das letzte Mal aufgehört, deswegen geht's jetzt mit der Racer weiter. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen her. Ähm... Ja, auf jeden Fall wird's nicht einfacher. So. Ähm... Jetzt haben wir auch mal das EMP überhaupt dabei haben. Nee. Und wir haben kein Geld mehr für das EMP. Ach, komm. Okay. Ähm... Ähm... Dann machen wir mal dabei die anderen Sachen. Wir müssen... Gold bei einem Rennen erzielen. Aber das könnte man doch schon mal schaffen. Die 5 EMP-Riffe machen wir einfach dann später. Würde ich sagen. Ja. Dann würde ich einfach sagen... Jetzt fahre ich mir noch schnell meine Wasserflasche auf, um auch während des Let's Plays was zu trinken. Und da kommen die Sonne schon. Aber hier sind wir aktiv mit unserem netten Turbo. Oh! Wir sind schon zweiter. Wir haben Sichtkontakt zum Raider. Und er zieht leicht davon. Das müssen wir jetzt mal schnell aufholen. Komm! Hier hat er einen Unfall gebaut, das ist unsere Chance. So, das ist unsere Chance. Scheiße! Nein! Wir haben es verloren, oder? Ach komm! Nein, da war es Ziel und wir sind... Ah, das müssen wir neu starten. Ach Gott, Millimeter! Millimeter! Vor allem Sieg. Aber die Taktik war ganz gut. Aber jetzt haben wir natürlich keine Sachen mehr. Das muss man so durchkämpfen. Das muss man so durchkämpfen. Das muss man so durchkämpfen. Das muss man jetzt einfach ranhalten. nur noch kommen. So. Jetzt ja keinen Fehler machen. Und das war so einer. Wir sind die Erste, nur wie lange geht das gut? Ja, scheiße, okay, es ist schon happig, müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anstrengen und nochmal machen, ja, der hat dann der Turbo doch gefehlt, wir kriegen 0 Punkte, das machen wir jetzt aber gleich nochmal, wo war denn das, das war das hier, da haben wir nur Silber erreicht. Ja, muss besser werden, auf jeden Fall. Ja, und mal wieder ein Verbindungsabbruch, ach, also so langsam liebe ich das Spiel wirklich. Nach gut 40, ja, das ist sogar der 41. Part. Und das passiert immer wieder. Ich liebe es. Wirklich. Nicht, natürlich. Naja, hilft nichts, hilft nichts. Mein Ziel, ja, heute in den nächsten anderthalb Stunden in dieser Aufnahmesation das Spiel durchzuspielen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Aber das wäre mein Ziel. Aber das wäre mein Ziel. Aber heute, jetzt könnte es gleich was werden. Ich glaube, ich glaube, ich habe noch genügend Turbo. Uhr. Scheiße! Das wird wieder eng. er ist mittlerweile schon wieder so weit weg ich brauche den turbo jetzt so